Guten Tag, meine Damen und Herren. Rund eineinhalb Jahre nach den Entscheidungen des Bundessozialgerichtes zur Ermittlung leistungsgerechter Pflegesetze sind diese neuen Kriterien in der Praxis angekommen. Pflegesatzverhandlungen werden nun bundesweit nicht mehr nach dem externen Vergleich, sondern nach dem vorgegebenen Mehrstufenmodell geführt. Verhandeln oder nicht? Ich begrüße zu diesem Thema Kai Tybosek. Er ist Senior Manager und Leiter Pflegerecht der PwC, Rechtsanwaltgesellschaft in Düsseldorf. Herr Tybosek, lohnt es sich für die Heimträger zu verhandeln? Also ein ganz klares Ja, Frau Ritter. Nach dem neuen Verfahren durch das Bundessozialgericht, Sie haben das eben erläutert, gibt es diese zwei Stufen. Erste Stufe Plausibilitätskontrolle, dort müssen die Kostensteigerungen der einzelnen Punkte plausibel den Trägern, den Kostenträgern dargelegt werden. Und die zweite Stufe, die ist wirklich richtig neu. Da geht es nämlich um eine Wirtschaftlichkeitsprüfung in Verbindung mit einem abgespeckten externen Vergleich. Das heißt, dort kann es auch dann wirtschaftlich angemessen sein, wenn man über dem unteren Drittel ist. Dann ist es automatisch in dem ersten unteren Drittel. Aber darüber kann es auch wirtschaftlich angemessen sein. Nur dann muss man in Medias Res gehen und die einzelnen Punkte wirklich nachweisen und dem Kostenträger plausibel machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, aber man braucht gute Beratung und gute Vorbereitung. Und was passiert, wenn sich die Vertragspartner nicht einigen? Dann gibt es wie nach wie vor das Schiedstellenverfahren. Da muss man nur gucken, lohnt sich das? Also die gewollte Steigerung der Pflegesätze bringt das mehr als die Kosten des Verfahrens. Und die Kosten des Verfahrens sind etwa 7.000 Euro pro Fall. Rechts setzt sich wie folgt zusammen etwa 6.000 Euro Schiedstellenkosten. Das teilt man durch drei. Sozialhilfeträger, Pflegekassen und Einrichtung. Also bleiben 2.000 Euro hängen bei der Einrichtung. Plus 5.000 Euro etwa Rechtsanwaltsgebühren pro Einrichtung macht 7.000. Das muss man erst mal durch höhere Pflegesätze ausgleichen. Ja, es bleibt also weiterhin viel Bewegung in dieser Thematik, wie ich höre. Einrichtungsträger sind in jedem Fall sehr gut beraten, sich intensiv auf diese Verhandlungen vorzubereiten. Absolut. Und zwar betriebswirtschaftlich, aber auch von Seiten eines Controllings her. Man muss also genau die Zahlen verfolgen und zwar auch unterjährig, nicht nur, wenn die Verhandlung ansteht. Und wenn man da Hilfe benötigt, sollte man die auch nehmen, denn das rechnet sich in jedem Fall hinterher, lieber mal ein paar hundert Euro Beratungsgebühren bezahlen, aber bessere Pflegesätze zu erreichen. Herr Tybosek, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Herr Tybosek, vielen Dank für's Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020